Hörst du die Trommeln? Ich bin gerade vorbeigefahren und ich möchte diesen Rhythmus mit dir teilen, diese schöne Musik. Trommeln, die machen eigentlich nur einen Rhythmus, aber es ist trotzdem sehr schön zuzuhören. Dieses Instrument nennt man Trommel. Die Leute spielen auf Trommeln und dabei singen sie auch. Ich möchte sie nicht von Nahem filmen, weil ich nicht weiß, wie schüchtern sie sind. Vielleicht wollen sie nicht direkt gefilmt werden, aber sie machen einen sehr großen Lärm. Aber es ist ein schöner Lärm. Sie machen Krach. Sie machen Krach, aber es ist eigentlich kein Krach. Es ist eigentlich etwas Schönes. Und das nennt man Rhythmus. Wenn man im Tag ist, das ist der Rhythmus. Im Englischen sagt man Rhythm, aber im Deutschen spricht man es Rhythmus aus. Ja, das sind die Trommeln thailändischer Studenten. Das ist die Trommelmusik thailändischer Studenten. Ich hoffe, du hast vielleicht ein paar Vokabeln gelernt. Vielleicht war eine neue Vokabel dabei. Ich hoffe, du konntest mich hören und genieße Musik, wenn du kannst. Denn Musik ist etwas Tolles im Leben, finde ich. Übrigens, schau mal, ob du nicht die Wiedergabeliste auf diesem Kanal findest mit deutscher Musik. Besuche die Wiedergabelisten, die Playlists dieses Kanals und du findest eine Wiedergabeliste mit vielen schönen deutschen Liedern. Okay, bis dann. Genieße die Musik im Leben und wir sehen uns später. Tschüss!